Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials? Und für die Autoteile ist die Mr. Auto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolg-Scheibenwischer exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Blockiere die Scheibenwischer in der oberen Position, schalte dazu die Zündung aus und drücke dann auf den Scheibenwischerhebel. Hebe den Scheibenwischerarm an. Um das Scheibenwischerblatt zu entfernen, musst du auf die Öse drücken, während du gleichzeitig das Scheibenwischerblatt nach außen schiebst. Nimm dir das neue Scheibenwischerblatt zur Hand und bringe den Adapter an, der zu deiner Befestigung passt. Um das neue Scheibenwischerblatt einzusetzen, schiebst du den Scheibenwischerarm an seinen Platz. Leg den Scheibenwischerarm auf die Windschutzscheibe zurück. Schalte die Zündung des Fahrzeugs ein und drücke dann auf den Scheibenwischerhebel. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stimmen von unseren Vertrauensverdinkenpartnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Hebe den Scheibenwischerarm an, kippe das Scheibenwischerblatt um 45 Grad. Um das Scheibenwischerblatt zu entfernen, musst du auf die Öse drücken, während du gleichzeitig das Scheibenwischerblatt nach außen schiebst. Nimm dir das neue Scheibenwischerblatt zur Hand. Um das neue Scheibenwischerblatt einzusetzen, schiebst du den Scheibenwischerarm an seinen Platz. Leg den Scheibenwischerarm vorsichtig auf die Windschutzscheibe zurück. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.